Hallo, willkommen zurück zu Outlast. Das Horror-Game der Superlative. Ja, genauso schaut's aus. Hab ich überhaupt eine Unterhose an? Schauen wir mal nach. Ja, genau, ich hab eine an. Wunderbar. Habe ich mir jetzt noch nicht voll? Wir spielen jetzt weiter zurück zum Spielen. Nein. Fluge, äh, Fluge. Folge der Blutspur. Der Blutspur. Blutspur. Folge der Blutspur. Und zwei Batterien liegen da. Gleich zwei. Eins, zwei, drei. Es geht's dann. Scheiße ist natürlich, wenn man, wenn es hier so hell ist. Und da so dunkel. Ich will da nicht drüber. Ich schau mal da. Da, 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 da. Kann's nirgends hin? Eine Batterie. Batterie. Oh, Sophie, gib mir die Batterie. Du, 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 du. Oh, yeah. Da, 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 da. Tammer, tammer! Knapp. Und. Ah! Ah! Alter. Ähm, und jetzt häng ich hier zwischen Matratze rum, ja? Alles klar. Was ist denn das? Was ist das hier für eine Logik hier? Wahnsinn. Achso. Mwah. Aaaaah! Aaaaah! Der Wallrider, der Wallrider! Aus! Der Wallrider. Der Wallrider. Der Wallrider. Die Schwede. Der Bett zu verstecken? Wo muss ich denn hier eigentlich hin... das ist eine heizung hier kommt shiny ich sollte hier etwas dunkler machen weil sonst ich hoffe dass es in der tür irgendwo durchs loch fliegt da hinten ist eine tür das ist ein fenster das ist eine akte schreibe ich mal kurz dahin du hast mir einen rosengarten versprochen ja das kenne ich um zu lesen bitte auf pause drücken you looking diese papier du machen stop lesen mit auge und dann machen weiter und da kam ich ja diese geräusche das ist der richtige weg das sieht man wenn das licht angeht ich glaube das hat mir beim ersten durchgang mal gefällt ich erkenne die handschrift vater martin hat hier einen mann umgebracht sind sie lügen von denen er spricht die fehlenden akten aus dieser karte aus dieser kiste die fakten die unterlagen sieht nach genau alles klar also viel spaß das ist da drin ich komme da nicht dabei hin da ist gar nichts auf jeden fall ist es soll den weg gehen wenn ich den weg gehen soll dann schaue ich mal dahinten nach was da ist da 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 Batterie. Ah, schau mal hin. Egal wie wir gegangen wären. Das ist der gleiche Weg. Das ist der gleiche Weg. Nochmal eine Batterie. Geile Batteriesache hier. Okay. Okay. Also von hier wären wir gekommen. Alles klar. Geht mir das auf den Senkel? Hallo? Wer hat mir jetzt die Tür zugemacht? Scheiße! Ah! Junge! Mir rotzt die Nase weg! Was ist das hier für ein Scheiß? Ah, ich renne den Kreis! Was soll's? Ja, geh halt unter den Tisch! Und das Bett, meine ich. Als pressedst du den richtigen Spiel Hip Kompetente? Kopf denn hinunter. Gasste machen die in derotics familiarisatora Maschin. Okay. Ja, so gehen wir. Tönen neometrieus. Boashtun kaputt ein Loch. okay wie kommen wir denn da kommen wir denn wo brauchen ja genau das war das ist das heiligen schweißes ich muss es nehmen ich habe hier so komme ich da rüber ganz super ich sehe doch gar nix ich kann da nicht weiter ich muss da runter fiel ja die hatte ich sehe ja wirklich gar nix das licht echt ich sehe hier gar nix hallo sie gar nichts sie haben beim scheißen schubidu gedrückt mal geputzt werden hier schauts aus wie dreck sau schubidu schubidu ich muss mal hier dunkler machen ich sehe nix okay alle sicher immer noch nichts ich laufe hier einfach mal so an der seite rum da komme ich doch oder da muss ich hin ach das ist blaues licht was macht das blaue licht leuchtet blau ach da hängt einer hallo der hängt ja gar nicht der lauft hier rum idiot hallo oh yeah schaut da lecker aus alles alles ja 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 alles 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 alle hier ist ja hier ist ja hier ist ja hallo hallo jetzt ja ich hab sie wieder ich hab sie wieder für die kamera ist halt im arsch parken kam schnell als er sich schon wieder seine zweimal eingestopft das war das scheiße Ah, ihr Wichser! Verpiss dich! Ach, scheiße! Jetzt renne ich ja auch noch im Kreis, Mann! Diese Arschlöcher hier! Verpisst euch halt von mir! Wollen die? Was wollen die? Ich hab nichts zum Essen dabei! Ah, ich komm hier gar nicht durch! Fickt euch doch mal ins Knie, Mann! Oh, ne, Witz! Habt ihr kein Zuhause oder sowas? Geht doch jemand anderes auf den Sack, Mann! Alter, ich häng hier fest! Puta madre, Alter! Wie kann man so penetrant nerven, Alter? Alter, wie kann man so penetrant nerven? Ach, jetzt da! Oh! Dummkopf! Alter, ich renne hier auch noch voll im Kreis, Mann! Das war jetzt echt dumm gewesen! Das war dumm gelaufen! Sehr dumm! Wo muss ich denn da eigentlich hin? D-D-D-D-D-D-D-D So, ich muss hier wieder irgendwo rauf, das weiß ich! Oh, was war denn vielleicht nicht... Ja, nein, 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 nein! Vielleicht ein bisschen? Ähm... So, jetzt muss ich da wieder irgendwie hoch! Ja, jetzt ist irgendwie hoch! Ja! Gut! das steht die batterie hat er weil er sich jetzt darunter flieger falsch gedacht da kam ich hier raus ich hab so den anscheinend dass ich hier runter muss was wird hier nichts tolles sein ich muss darunter aber ich will oder ich muss sich darunter ach du scheiße ok nur ein weg sicher ok wo es speichert oh ja und hier wird es doch wahrscheinlich mega nice lustig warte verpiss ich verpiss ich verpiss ich verpiss ich das war geil aber da machen wir gleich den abschluss herrlich gefallen hat wenn es euch gefallen hat liken und oder abonnieren ihr müsst nicht abonnieren wenn ihr nicht wollt ihr könnt auch gerne was reinschreiben aber es wäre nett wenn ihr abonnieren würdet aber schreibt mir keinen text rein und abonniert und tut es danach gleich wieder deabonnieren weil das ist nur gott das ist das richtig wieseste was man machen kann ja das ist das mal mein freit der abonniert mich dann auch alter wenn mir dein kanal nicht gefällt werde ich ihn auch nicht abonnieren ich abonniere dich nur wenn mir gefällt so schaut es aus also bleibt sauber bleibt gesund euer infektor delta und jetzt hole ich meine frische unterhose und jetzt hole ich meine frische unterhose